Brunswick und Mewick, zwei Partner mit dem gemeinsamen Ziel ihr Bowling Center noch effektiver zu gestalten. Die heutige Zeit ist schnelllebig geworden und die Menschen wickeln fast alle Dinge immer mehr online und digital ab. Zeit für sie auf diesen Zug aufzuspringen. Mit dem Online Reservierungsprogramm von Mewick können ihre Kunden ganz einfach und bequem Reservierungen für ihr Bowling Center von zu Hause aus erledigen. Ihre Kunden wählen den Zeitraum, wann sie gerne Bowling spielen möchten. Anschließend geben die Kunden die Anzahl der Bahnen ein und sogar die Eingabe von Namen wird mit Hilfe von Mewick möglich. Nach erfolgter Eingabe können die Kunden sich noch einmal sämtliche Reservierungsdetails betrachten, bevor sie diese an ihr Bowling Center versenden. Selbstverständlich erhält jeder Gast eine digitale Reservierungsbestätigung via E-Mail, somit kann einem erfolgreichen Abend nichts mehr im Weg stehen. Aber Mewick bietet noch viel mehr. Sie möchten ihren Gästen einen Überblick verschaffen, wie viele Bahnen zu welchem Zeitraum verfügbar sind? Mewick bietet ihnen dafür maßgeschneiderte Lösungen. Sie möchten ihre Gäste im Vorfeld abkassieren? Auch das ist kein Problem. Durch einen externen Bezahldienstleister können ihre Gäste ihre Bowlingbahn schon im Vorfeld über Mewick bezahlen. So sind sie immer auf der sicheren Seite und ersparen sich und ihren Gästen viel Zeit. Auch hier gibt es selbstverständlich eine Bestätigung, welche digital an ihre Gäste versendet wird. Jedes Bowling Center besitzt seinen eigenen Touch und sein eigenes Design. Daher fertigt Mewick ihnen ein Reservierungsprogramm ganz nach ihren Bedürfnissen an. Wir sehen hier die Webseite des Mountain View Bowling Calgary. Parallel zeigen wir ihnen die dafür gefertigte Reservierungs Landing Page. Nun einmal beide Seiten zum Vergleich. Trotz einer externen Seite von Mewick sehen ihre Kunden ihr Design, ihr Label und ihre Informationen rund um ihr Bowling Center. Im Splitsville Richmond Hill liegt man viel mehr Wert auf die Details bei der Auswahl der Reservierung. So können hier die Anzahl der Gäste angegeben werden, der Spielzeitraum und vieles mehr. Auch Bemerkungsfelder für ihre Gäste wo individuelle Nachrichten eingetragen werden können sind ebenfalls programmierbar. Zusätzlich zeigen wir ihnen ein paar grafische Beispiele wie ein von Mewick gefertigtes Reservierungsprogramm aussehen kann. In der Bowling Arena Mers werden beispielsweise die Bahnen sowie deren Belegung für die Gäste angezeigt. Durch die Kompatibilität zwischen Mewick und den Scoring Systemen Vector und Sync von Brunswick können sich die Gäste mit ihren Namen vorab eintragen und bei der Aktivierung der Bahn sind diese automatisch im System verfügbar. Brunswick und Mewick eine Verbindung die passt. Wenn Sie Interesse an einem Online Reservierungsprogramm von Mewick haben, dann kontaktieren Sie uns via Mail an mail.brunswickbowling.de. Brunswick und Mewick. Springen Sie jetzt auf den Zug auf.